Wenn die Sonne der Kultur niedrig steht, werfen selbst Zwerge einen Schatten. Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen. Was nützt es den Menschen, wer Lesen und Schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt? Wer sich zum Wurm macht, soll nicht klagen, wenn er getreten wird. Besuch macht immer Freude. Wenn nicht beim Kommen, dann beim Gehen.